Herzlich Willkommen im Restaurant Split. Heute zeige ich Ihnen, wie man ganz einfach und simpel einen Thunfisch-Tatar zubereitet. Dazu verwenden wir frischen Thunfisch. Wir hacken den Thunfisch ganz fein, geben dazu frischen Zitronensaft, ein bisschen Olivenöl, alles schön vermengen. Zum Schluss kommt die fein gehackte Avocado mit einer frischen Gurke, alles oben drauf und fertig ist unser Thunfisch-Tatar.